Nach dem Tod meines Vaters bin ich oft hier raufgekommen. Ich habe mir dann vorgestellt, die ganze Welt sei eine einzige große Maschine. In Maschinen gibt es keine überflüssigen Teile. Sie bestehen immer aus exakt so vielen Teilen, wie nötig sind. Also dachte ich, wenn die Welt wirklich eine einzige riesige Maschine ist, wäre ich ja wohl nicht überflüssig. Dann wäre ich aus einem ganz bestimmten Grund auf der Welt. Das bedeutet, du bist auch aus einem bestimmten Grund da. Das ist eine große Maschine. Das ist eine große Maschine. 8.99 Uhr, nach der Schalde. Take a break. Okay, set. Und... Action! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020